Es könnte in den Schlacht gehen. Nein, ich glaube, es ist gut. Hast du immer noch den Sigma? Ja, ja. Wir fliegen seit eineinhalb Jahren. Mit grosser Regelmässigkeit. Es gibt verschiedene Schirme. Ich muss immer sagen, ich bin noch zufrieden. Du bist dir wohl dran. Es fliegt noch gut. Ich kann da voll im Griff. Ich kann überall einlanden mit dem Teilchen. Es gibt keinen Schritt im Moment. Es gibt keinen Schritt im Moment. Eigentlich hätte ich gerne den Aspen wollen. Für wie lange hast du fliegen? Ich fliege seit fünf Jahren. Fünf Jahre? Ja. Hast du hier? In Luzern. Ja. Ich habe viele Flugzeuge in Chile, Peru. Wow. Aber nicht in Argentina. Nein. Es war zu weit weg. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020